Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich von der BOT in Düsseldorf aus der Halle 3. Ich stehe direkt vorm Tauchturm, mein Name ist Carina und wer Tauchen schon immer spannend fand und mit dem Genackenspiel den Einstieg zu machen, der ist hier genau richtig. Ich möchte euch ein paar erste Tipps geben, wie man vom ganz normalen Besucher zu einem Einsteiger ins Tauch leben wird. Der erste Atemzug unter Wasser, da möchte ich euch gerne begleiten und ein paar sinnvolle Tipps geben, was ihr alles beachten müsst, was ihr an Ausrüstungsgegenständen braucht und was es für Übungen unter Wasser gibt, die den ersten Tauchgang unvergesslich machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach hinten hinter die Kulissen und beginnen dort mit dem Anziehen des Tauchanzugs. Boot Düsseldorf 360 Grad Wassersport erleben 4 сер bg yield Untertitelung und ZDF 65